Willkommen in Sunnyside, Leute. Ich bin Lotso. Zur Feier eurer Ankunft schmeißen wir eine Spielzeug-Willkommens-Party. Meine Freunde hier haben sich ein paar Spiele für euch ausgedacht. Twitch veranstaltet einen Wettbewerb, für den euer Pferd perfekt geeignet wäre. Sparks hält ein Teenie-Rennen ab und Klotz veranstaltet das Straßenwerfen. Denkt daran, alle Spiele auszuprobieren, aber vergiss nicht das Wichtigste. Amüsier dich gut. Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich habe eine Schnitzeljagd vorbereitet und hier und da kleine Geschenke versteckt. Sucht überall. Jetzt geht raus und amüsiert euch. Weißt du, ich halte den Highscore beim Teenie-Rennen. Hinter dem Lenkrad bin ich ein echter Teufelskerl. Ich hoffe, die Spiele gefallen dir. Probier sie alle aus. Das könnte ich jeden Tag machen. Hereinspaziert! Reitet das Pferd und versucht der Schnellste zu sein. Hereinspaziert! Wer alle Ballons zum Platzen bringt, gewinnt einen Extrapreis. Du forderst einen Cowboy zu einem Ritter raus? Haha! Yeehaw! Okay, das dürfte kein Problem sein. Okay, das dürfte kein Problem sein. Jaaah! 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 Gute Arbeit! Jaaah! Jaaah! Wir sind geritten wie der Wind! Reinspaziert! Hereinspaziert! Вот! Reitet das Pferd und versucht der Schnellste zu sein! Hereinspaziert! Wer alle Ballons zum Platzen bringt, gewinnt einen Extrapreis! Welches Spielzeug ist es wert hier weiter zuhören? Okay, Bully, sei mein treues Pferdchen! Lorenz goldenen Pferden! Komm, Bulli, den haben wir schon! Das ist sogar noch schwerer, als es aussieht. Ja! 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 Du machst es mir ja nicht gerade leicht, was? Nicht schlecht, Partner! Und so springt ein Cowboy über eine Schlucht. Eine Schande, dass die Leute so tolles Space-Spielzeug einfach weggeben. Ich erkenne gutes Spielzeug, wenn ich es nur sehe. Und du, mein Freund, bist ein gutes Spielzeug. Na? Habt ihr, was man braucht, um das Teenie-Rennen zu gewinnen? Und so läuft der Hase. Fahre die Strecke entlang und fahre die Bauklötze in der richtigen Reihenfolge um. So einfach ist das. Oh, und achte auf die Zeit. Bin ich froh, dass ich nicht in dem Raum bleiben muss. Das hört sich ganz schön gefährlich an. in der Mitte des Films war. Das ist ja so. Was diese Hase ist? Und das hat sich nicht so. Und das ist alles, was ich schütze. Und das ist alles, was ich schütze. Und das ist alles, was ich so schwer. Hey, you must... Hey, you must... Klasse! Ich würde dir ja gerne einen Orden oder sowas geben, aber ich glaube, die sind geradeaus. Da gibt mir doch einer die Spuren! Ich hab gewonnen! Ich will hier nie wieder weg! Ich will hier nicht! nicht überqueren. Halte die Aliens auf. Wenn zu viele die Linie überqueren, war's das. Okay, das ist genau das Richtige für mich. Hack euch! Bleibt sofort stehen! Oh nein, das macht ihr nicht. Bleibt sofort stehen! Oh nein, das macht ihr nicht. 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 Ja. 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 Prima! Du hast sie aufgehalten. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Ich sehe auf den ersten Blick, dass wir Freunde werden.